Ich versuche jetzt jemand von der Polizei zu erwischen. Der LKW wird jetzt untersucht. Im Führerhaus liegt wahrscheinlich noch ein Mensch. Gibt es hier irgendwelche Folgen? Noch einmal. Weiter weg, bitte. Bitte weg. Den Gehweg bitte. Geht ihr bitte auf den Gehweg? Ist jemand von der Presse da? Nein, noch nicht. Bitte auf den Gehweg. Okay. Gerade erkundig. Von der Presse ist momentan von der Pressestelle der Polizei noch keiner zu sprechen. Also für alle, die jetzt dazugekommen sind. Hier hat sich ein Unfall ereignet. Am Breitscheidplatz. Gedächtniskirche. Ja. 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 Ja.